hallo leute hallo leute ich begrüße euch heute hier aus hamburg ich begrüße euch heute hier aus hamburg an nick habt schon gesehen wir haben uns schon einen stopplan hallo leute heute sind wir hier in hamburg ich bin gezwungen worden dass ich heute ist die einleitung fürs video macht ist fünfte tag in unserem städtetrip wenn man einen cool campingplatz hier gefunden und jetzt packen wir langsam unser zeug zusammen und schauen in die innenstadt wir wollen auf jeden fall auf die reeperbahn und in fischmarkt sehen das sind die anderen zwei hansen hallo drei hansen sind genau so die jungs melden sich von der reeperbahn stopp mal erst einmal brauchen wir die beatles leider können wir nicht mehr spielen weil der erste interviewpartner ist unser herr filzmeier hier an der gitarre erzähle mal warum geht es noch nicht mehr was hast du da zu viel geübt leider jetzt klappt es nicht mehr der mich hat mich hat zu viel gitarre geübt jetzt können wir leider nicht mehr spielen deswegen schauen wir uns nur noch was sagt eddie dazu wie gefällt dir eigentlich dein video von berlin ja es wird ein guter und war natürlich eine perfekte profession in berlin schön dann sagt uns der alex noch was wir heute in hamburg eigentlich servus tüdelü was haben wir eigentlich in hamburg heute erlebt so wir haben uns in hamburg ein bisschen angeschaut haben wir leider nicht das beste das medieval somma uploads und live musik später läuft leider ist morgen schon unser letzter tag bleibt gespannt Hier kommen zwei Ausschnitte aus den letzten spontanen Bar-Jams. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!